Was geht, Leute? Lasst ein Like, Daumen, lasst ein Abo, dann würde euch meine Videos gefallen. Das wäre mega nice, Leute. Und meine Arbeitstag ist heute so anstrengend bei Stunny Performance. Ich habe schon so viel gearbeitet, Leute, und ich muss ganz direkt aufs Klo. Faul Pelz, wo bist du? Faul Pelz. Bist du Stunny, ich bin hier. Ich muss aufs Klo. Ja, Faul Pelz, setz dich erstmal hin. Komm, Loser, hinsetzen. Bist du Stunny, mein Bauch, ich muss aufs Klo, Leute. Ist mir egal, setz dich jetzt erstmal hin, Ente. Ja, mein Bauch tut so weh. So, ich hätte gerne ein Hamburger Royal TS, ein Chicken Burger, eine große Pommes, einen großen Milchshake, Erdbeere. Hey, das ist jetzt, Bist du Stunny, ich muss aufs Klo. Wir haben nicht meine Kinder bei der Toilette. Ein Cheeseburger und ein McChicken, ja. Und das soll ich jetzt holen, oder wie? Das gehst du mir jetzt holen. Aber, Mr. Stunny, ich muss erst aufs Klo. Ja, geh bei Mac ist er aufs Klo, aber nicht hier. Ich sag dir ehrlich, ich muss gleich auch aufs Klo. Ja, hier, Ente, kauf davon was. Oha, krieg ich auch meinen Lohn, bitte? Nein, kriegst du nicht, den Rest will ich wiederhaben. Bitte, Mr. Stunny, bitte. Und Ente, du dürfst dir auch einen halben Hamburger kaufen. Nur einen halben, oder was? Nur einen halben, ja. Ich muss wirklich ganz direkt wohin, Mr. Stunny. Ja, okay. Ich geh nicht vor an der Hose. Ich hab eine Hose an. Ich muss noch nicht mehr in die Hose. Ente, wehe, du machst hier im Anzug rein. Geh in McDonald's aufs Klo. Okay, ich geh, ich geh. Leute, ich muss ganz schön aufs Klo. Bei dich, Ente. Ich geh auch schon. Tschüss. Leute, jetzt müssen wir einfach erst besorfen, Mr. Stunny, man. Aber, der war so gemein gerade zu uns, ey. Jetzt hat er uns erst geschickt. Ich darf nur ein halben Hamburger davon kaufen, Leute. Aber ich muss erst mal ganz schnell aufs Klo. Weil sonst hab ich ein Problem. Sonst mach ich jetzt den Anzug rein. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss aufs Klo. Oh, warte, welche? Da rein? Oder da rein? Egal, da rein. Leute, Leute, schnell, schnell, schnell. Oh nein, oh nein. Oh nein, warum sind hier die Fenster offen? Warum sind hier? Nein, du rauf. Oh Gott, sieht sie aus der Toilette aus. Rauf, oder? Leute. Oh. Ah. Mein Bauch. Oh, Leute. Oh. Egal. Oh. Jetzt geht's mir besser, Leute. Oh, riecht das schlimm. Die Villager tun mir so leid, wenn einer von denen her ums Klo muss. Das darf ich mir nicht direkt abraten. Aber jetzt muss ich erst mal meine Hände waschen gehen. Ganz wichtig. So. Der Wasserhahn. Irgendwie. Hä? Der Wasserhahn geht nicht an, Leute. Ich klicke den an, aber es geht nicht. Hallo, ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Das sind keine Drehdinger. Warte mal. Da unten ist ein Loch im Boden. Wenn ich den Wasserhahn anmache. So. Dann müsste das eigentlich gehen. Hä? Ich hab Blöcke an den Zivitzern bekommen. Warte mal. Wenn ich hier an und ausmache, Leute. Dann droppt da einfach Blöcke aus dem Wasser. Warte mal. Ich mach das mal. Hä? Wo kommen die Blöcke? Ich krieg die ganze Zeit Blöcke ins Zivitzern. Warte mal. So ist das nochmal. Leute. Guckt euch das an. Seht ihr das? Da kommen einfach Spektrileblöcke aus dem Wasserhahn raus. Wie geht das denn mal? Warte mal. Ich glaube, das ist doch Geld da, Leute. Man kann einfach Geld haben hier. Was geht, Mann? Warte mal. Ich mach das doch mal. Leute. Guckt euch das an. Ich hab gleich 1 Stacks Big Trim Blöcke gefarmt. Das funktioniert einfach wirklich. Ich glaub's gar nicht. Wieso geht sowas? Warte. Ich besorg jetzt ganz schnell das Essen von McDonalds. Ich komm gleich wieder zurück zur Toilette. Was hat ihr gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ein Milchschank. Ein Burger. Ich kann einfach zahlen. Ist egal. Ich habe wenig genug Geld. Sorg. Schnell. Bitte mach schnell. 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 Okay. Jetzt zurück zu schneiden. Performance. Ich hab Burger und Milchschank. Aber, Leute. Eigentlich muss ich doch gar nicht mehr arbeiten gehen. Weil wenn ich diesen Trick aussnutze, dann könnte ich endlich, endlich, endlich reich werden. Und dafür kann ich auch nicht gebannt werden. Weil dieser Ding, dieser Wasserhahn. Ich weiß aber auch nicht, warum der Geld gibt. So. Let's go up zu Stunny Performance. Mr. Stunny. Mr. Stunny. Faul. Ah. Bist du ja Faulpilz. Was hat das so lange gedauert? Hey. Das ist doch Faulpilz. Ich hab hier gerade was zu essen geholt und ein Milchschank. Und warum hat das so lange gedauert? Hä? Mr. Stunny. Ich musste doch ganz dringend aufs Klo. Es hat ein bisschen länger aufs Klo gedauert. Hast du dir deine Flüge gewaschen? Ja. Hab ich. Gründlich. Mr. Stunny. Und wisst ihr was? Ich hab ein bisschen Ruhe bekommen und ich interessiere mich für ein Auto. Hä? Ente. Ich will erst mal ein Rückgeld wieder haben. Ihr Rückgeldet. Es gab kein Rückgeld. Wie? Ach, natürlich. Die haben sich verrechnet. Ich hab zwei zurückbekommen. Haha. Diese Vollidioten. Ja. Der Werft hat das Geld doppelt zurückgezahlt. Ja. Ente. Weiter an die Arbeit und geh mir nicht auf die Nerven. Du nervst heute. Du nervst. Du nervst die Nerven. Nerv ich dir auch, wenn ich dir ein Auto kaufen würde? Nee. Dann würdest du mich nicht nerven, Ente. Aber du hast nicht genug Geld und du quarkst mir heute ein bisschen zu viel. Wie? Ich quark zu viel. So. Wart sie. Da quark ich jetzt so. Warum? Sehen sie den Porsche, den Orangenen? Ja, Ente. Das ist mein Porsche. Ich weiß. Das ist ihr Porsche. Persönlicher Porsche. Nee. Aber das ist ja hier fürs Autohaus. Ja. Aber was kostet der? Ähm. Fünf Spektri-Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Ja. Genau. Da haben wir ihn. Ente. Ente. Das ist ja ein Gehalt von fünf Monaten. Bist du... Ja, das habe ich jetzt gerade investiert. Da unten für den Porsche. Oh mein Gott. Ente. Also, ich wusste schon, dass du nicht der Cleverste bist. Aber dass du so ein großer Dulli bist, ist mir jetzt erst klar geworden. Ja, dann bin ich halt ein Dulli, Mr. Steine. Er hat mein Dulli. Porsche. Ich gehe jetzt erstmal in die Mittagspause. Bis Spindern. Ey. Hä? Wieso? Warum? Ente. Komm mal mit. Ja, ich komm mit. So, ich zeige dir jetzt, welche Aufgabe du hast. Oh Leute, ich darf es nicht so auffällig machen, weil Mr. Steine verpettet. Der hat das schon so... Komm mit. Ich habe den schon so aufgehört mit so viel Geld, wenn ich mir das irgendwie cheaten konnte oder so. Dann fällt das sofort auf. Ja, was muss ich machen? Du musst jetzt hier einfach stehen und wenn jemand kommt, musst du das Auto vor dem tanken. Hä? Aber das ist doch gemein. Es kommt jemand. Dann stehe ich nur die ganze Däffung in der Gegend rum. Ja und? Ja, das ist fies. Ich will eine ehrenvolle Aufgabe haben. Okay, dann kriegst du jetzt eine ehrenvolle Aufgabe. Komm mit. Ja, bitte. Bitte. Okay, komm mit. Das ist doch gemein, Leute. Was soll das? Hä? Und zwar setz dich hier hin, dann stehst du auf und dann bist du hier im Papierkorb. Geh mal da rein. Hä? Hey, warum soll ich hier in den Müller mal reingehen? Und jetzt singst du ein Lied. Welches Lied soll ich denn sing, Mr. Stunny? Alle meine Entchen. Entchen, schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Hier im Müller, was singt ganz tolles Schwitzchen in die Höhe. Mr. Stunny. Super Ente, das machst du jetzt den ganzen Tag. Nee, Mr. Stunny, ich lass mir dich nicht bieten. Doch, Ente, oder du wirst gefeuert. Überleg's dir. Ich werd gefeuert? Hä? Ja. Wie viel Geld hat sie gerade in ihrer Hostasche dabei? Oh, 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 oh. Acht Spektrieblöcke. Acht Spektrieblöcke? Ich glaube, ich habe so circa 50 dabei. Ente, was sappelst du? Du hast vielleicht noch zwei Stück von deinem letzten Gehalt. Nein, ich habe 50 Stück und ich kann auch mehr holen von meinem Konto. Ja, okay, dann gib alle. Alle? Ja. Ja, und jetzt hier? Okay, so, und jetzt weißt du, wo ich hinfahre? Wohin? Zum Admin. Ja, dann geh doch zum Admin. Aber sie wissen genau, dass der Admin nichts machen kann, weil ich habe nichts gecheatet. Ente, woher solltest du so viele Netherite-Blöcke haben? Ja, Mr. Stunny, ich habe gut investiert. Äh, Ente, ich werde jetzt zum Admin fahren und dann wirst du wieder gebannt und dann warst du das mit dir. Ja, wusste ich genau, okay, dann fahrt sie. Viel Spaß, ich werde erst mal in die Stadt gehen. Bis gleich, Ente. Bis gleich. Leute, der geht jetzt zum Admin, aber der kann nichts machen, denn ich war ja nicht im Game-Mode. Der Admin hat erst gesagt, wo ich im Game-Mode war und den Hebel davon, den hat jemand bemerkt, glaube ich. Da weiß bestimmt nicht, weil der Admin davon. Deswegen gehe ich jetzt schnell wieder zu dem Hebel und bis auf mit euch, gell? Das hat ein bisschen stört. Wenn ihr mitgenommen habt, das kann ja gerne ab. Wir gehen schnell auf die McDonald's-Toilette und dann gönnen wir uns noch mehr Spectral-Blöcke. Und dann werden wir unser Leben hier in der Stadt ordentlich genießen als reicher, reicher Mitbürger. So, tue dazu, dass Köln wieder alles mitbekommt. Und let's go. Erst mal Wasser aktivieren. Und dann aktivieren wir das hier. Den Hebel da unten oder was auch immer er ist, dass wir hier ganz inspektiert haben. Ich kann das hier sparen, richtig? So, let's go, let's go, let's go, Leute. Oh, es geht immer schneller. Let's go. Und es droppt hier alles. Ihr seht das hier mit der 5. Droppt alles hier. Einfach aus dem Wasser raus. Das ist so cool, Mann. Ich wünsche, ich könnte es besser zeigen, Leute. So, aber es ist so krass. Let's go. Oh, bald der erste Stick, Leute. Wir fahren jetzt aber noch ein bisschen weiter. So, ich habe das jetzt 10 Minuten lang gemacht. Du guckst euch mal ausspeutern. Ich gehe jetzt erst mal aus dem McDonald's raus. Äh, Ente. Ja, Mr. Stunny, was denn? Was machst du denn hier schon wieder im McDonald's, hä? Ich war auf dem Klo, Mr. Stunny. Aha, soll ich auch mal hier auf dem Klo gucken, hä? Oh, ich glaube, da wird... Sie soll sie nicht... Nein, nein, läuft sie da nicht rein. Oh. Ja, geht sie da nicht rein? Bist du Stunny wirklich... Wie stinkt das denn hier? Ich habe ihr doch gesagt, sie soll da nicht reingehen können, nur mit einer Atemmaske rein. Ente, du bist echt glücklich, Alter. Oh, perfekt, Ente. Jetzt geht er da nicht in die Toilette rein und findet den Schalter. Er wird nur nicht perfekt. Aber Ente, ich habe den Admin das gemeldet. Was gemeldet? Ja, dass du auf einmal so viel Spektriplöcke wieder hast. Ja, sie sind nur neidisch. Das ist, wenn ich dem Admin eben sage, dass sie neidisch sind auf mich. Und das Ding ist, der Ente hat gesagt, du warst nicht im Game-Mode. Ja, wie soll ich in den Game-Mode kommen? Ich bin ein ganz normaler Spieler, Mr. Stunny. Wie süß, sie sollen sich ein bisschen mehr bei der Arbeit anstrengen, wenn sie so viel Geld verdienen wollen wie ich. Ente, wir wissen, dass du schon mal gehackt hast. Ich werde dich im Auge behalten. Ja, machen sie doch, Mr. Stunny. Und ich werde sie im Auge behalten, denn ich werde reicher als sie. Bezweifle ich, Ente. Nur weil du gerade mal ein bisschen Glück hattest. Wahrscheinlich im Lotto gewonnen. Ja, vielleicht, vielleicht sage ich nicht. Leute, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Und jetzt werden wir erstmal wieder unser Geld ordentlich ausgeben. Ich hole jetzt erstmal kurz meinen Porsche aus dem Auto. Oha, das Auto sieht cool aus. Ich glaube, ich sollte mir ein besseres Auto kaufen. Mr. Stunny. Ja, Ente. Was ist das für ein Auto? Das ist mein persönliches Hyper-Sports-Car. Was kostet so ein Hyper-Sports-Car? Unbezahlbar, Ente, für dich. Wie unbezahlbar? Dieses Auto wird gerade gehandelt für 100 Netherite-Blöcke. Netherite nur? Äh, Spektrit, sorry, sorry. Ah, Spektrit, ach so. Und auf den Automarkt wird er gerade sogar für 100. 128 angeboten. Also wollen Sie 128 dafür Zicke haben, oder? Ente, das kann sich aktuell eh keiner leisten, außer die Bank. Und du bist nicht die Bank und wirst niemals so ein Auto fahren. Niemals, glauben Sie wirklich? Aber ich hätte so Lust, das ist so ein cooles Auto. Ja, Ente, bitte nicht anfassen. Aber stimmt, ist das dann nicht... Ente, raus da, raus da. Ist das dann nicht stimmt, das Auto wäre cooler. Aber wissen Sie, in einer anderen Farbe, haben Sie das Auto auch in rot da? In rot? Ich könnte es umlackieren, ja. Ja, was würde das extra kosten? Ente, das kostet bei diesem Auto nochmal ein Stacks-Pack-Trieb-Blöcke extra. Das macht kein Mensch, Mann. Das macht kein Mensch, Ente. Oh, was ist mir gerade aus der Tasche gefallen? Oh, was ist denn noch? Oh, w-w-w-w-w-w. Guckst du mal da, was ist mir gerade aus meiner Tasche gefallen? So, Ente. Du willst das Auto kaufen? Ja, habe ich doch gerade alles gedroppt. Alter, Ente. Ente, ist das dein Ernst, oder was? Ja, ich habe hier gerade drei Stacks mit Drive-Blöcke gekauft. Jetzt will ich das jetzt mehr in rot lackieren, bitte. Alter, Ente, woher hast du das ganze Geld her? Tja, der Admin hat bestätigt, dass es nicht gecheatet ist. Also, stelle dir keine Frage. Warte, ich mache jetzt nochmal. Ich will nochmal kurz den Admin anrufen. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ja, ruf sie an, Leute. Oh, ich habe nicht gedacht, dass der Admin vielleicht doch irgendwas sagt, oder so. Äh, ich, hallo, Admin. Ähm, ich habe hier gerade Ente, ist gerade hier vor Ort. Könnten Sie nochmal kurz checken, ob diese ganzen Spektrieb-Blöcke nicht durch Game-Mode gekommen sind? Ja, danke schön für die Meldung. Oh, Leute, Admin. Das System einmal überprüfen, ob hier Ente nicht getitelt hat. Einen Moment. Ähm, also unsere Datenbank sagt, Ente hat das Geld fair erarbeitet. Er hat auf jeden Fall nicht gehackt. Hä, was? Ja, ja, ja. Hä? Das kann doch nicht sein, hä? Alter, ob ich was sage. Jetzt machen Sie mal schneller hier. Ich will mein Auto ab. Ja, Mr. Ente. Natürlich, Mr. Ente. Ja, jetzt heißt es wieder Mr. Ente. Ja, jetzt haben Sie wieder Respekt für mich auf einmal. Ja, Mr. Ente. Ich hole kurz die Lackierpistole, Mr. Ente. Einen Moment. Ja, hol sie dich schnell. Beeilen sie sich. Hol sie dir an. Hat es zum Glück doch nicht gemerkt. Ich sage doch nicht, weil es kann sein, dass er es trotzdem will. Ich weiß nicht, was dieser Hebel oder Knopf oder was ich darüber drücke. Ich sehe es nicht richtig. Was das aussieht, auf jeden Fall, wird der Wasser anaktiviert und aus dem Geld ankommt. Und einfach Geld, so viel ich will. Vielleicht ist es auch nicht unendlich. Ich weiß nicht, was ich da angezapft habe. Vielleicht eine geheime Geldquelle oder so. So, Mr. Staddy, wir jetzt bitte umfärben. Ja, 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 Mr. Ente. Alles nach Ihrer Zufriedenheit. Äh, ein Moment kurz, weil das ist ein sehr spezielles Farbengemisch, was ich hier andingsen muss. Äh, Mr. Ente, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag heute. Und äh, danke Mr. Ente, dass Sie bei mir Mitarbeiter sind. So, ein Moment. Also, das war rot, ja? Rot, bitte, ja. Oh, perfekt. Schon viel besser. Ich hoffe, ihm gefällt das Auto, Mr. Ente. Ja, sehr schön. Danke, Mr. Ente. Wenn Sie weitere Autos kaufen wollen, Mr. Ente, Staddy, Performance ist 24-7 für Sie offen. Perfekt. Ich sage Ihnen, Leute, jetzt hat er auf einmal doch wieder Respekt. Guckt euch das an. Wie... Oh! Wow! Oh, ich kann das Auto... Oh, jetzt ist es, die Kürze. Ich habe... Ey, lass Mr. Ente in Ruhe. Oh, jetzt boxen Sie den weg, Leute. Guckt euch das Auto an, wie schnell das ist. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. So schnell ist es fast, Leute. Was geht ab? Ein Super-Sport-Funk. Ja, Mann. Ich muss aber neues Geld am Wasser anholen. Schnell, Leute, bevor jemand anders die Quelle findet. Und dann klauen die mir mein ganzes Geld aus meinem Geldwasserhahn. Let's go wieder zum Geldwasserhahn. Und dann werden wir erstmal ein bisschen Geld noch bei der Stadt ausgeben. So, ab wieder zu dem Wasserhahn. Hier im McDonald's. Und wir gehen heute anscheinend sehr auf den McDonald's. Das darf niemand bemerken. Ja, auf dem Klo. Ich muss hier wieder ein paar Haufen absetzen, damit das hier stinkt, dass niemand aufs Klo gehen möchte. So, warte mal. Let's go. Dann gehe ich wieder hier runter. So, dann attiviere ich jetzt wieder den Hahn. Und dann fahren wir jetzt erstmal wieder ganz in das Big Drive-Blöcke. Und werden jetzt noch viel, viel reicher als zuvor. Let's go. So, Leute, guckt euch mal ein Geldbestand jetzt ein. Jetzt sind wir noch reicher. Wir stellen uns einen Supersport wach. Und jetzt gehen wir zum Spielwarenland. Und werden uns einfach kaufen, was wir wollen. Ein Traumkitzel in Erfüllung. So, hier nix abbiegen. Und hier ist der Toyside-Yaslan, Leute. So, let's go. Steigen wir aus. Und hier ist auch schon der Spielzeugland. Das Ding brauche ich für den Anzug. Ich bin hier reich. Hallo, Herr Mitarbeiter. Hallo, was kann ich denn hier reinfahren? Nehm ich Spielzeug-Pamui. Ja, und zwar halte ich gerne einmal hier. Spielzeug, Spielzeug. Äh, wir haben viele. Ich frage euch vier mit den Zettel-Switches niemals. Aber ich nehme gerne vier mit den Zettel-Switches. Äh, äh, wie bitte? Ja, alle vier bitte. Äh, äh, alle vier? Ja, und habst du auch nur den Playstation 5? Äh, okay, okay. Äh, ähm. Ähm, Playstation haben wir nur das Vorführmodell, weil sie offiziell noch nicht draußen ist. Ja, und wo ist das Vorführmodell? Das Vorführmodell ist unter der Theke. Okay, dann gib sie mir das oder was würde das kosten, ne? Äh, das ist leider unverkäuflich, Mister. Sicher, hab sie wirklich keinen Preis mit? Ich will die neuesten Spiele zocken. Preis ist unverhandelbar. Unverhandelbar, er ist so absurd hoch, dass ihn niemand bezahlen könnte. Ja, dann spucken sie mal aus. Was wollen sie denn dafür? Falls das so ein hoher Preis ist, was wäre das für ein Preis? Fünf Spektritblöcke. Oh, was ist das? Haben sie das Geld gesehen? Hä? Und da ist auch noch das Geld für die Switch. Hier, dann gebe ich ein paar Spektrile Chaps. So, dann nehmen sie die. Hä? Ähm, äh, äh, ähm, ähm, äh, äh, äh. Ja, ja, auf, gib sie. Wir haben, sie sind der Beste. Okay, für die Konsole. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist, der ist, der ist der reichste. Ja, genau, Pilzau. Danke, dass sie hier mal platen sind. Ein Moment. Hier haben sie das. Die Playstation. Hier haben sie das. Sehr schön, Leute. Ich kann die abbauen. Okay, das ist der Laptop. Ist da die Playstation drauf geladen, oder was? Ja, das ist richtig. Ach, ich glaube nicht, das ist ja so ein Entwicklerkind, oder so. Egal. Okay, dann geben sie mir noch die Switches, die vier Stück. Danke. So, was macht ihr eigentlich für die andere Spielsachen hier? Die sind auch cool aus. Die kosten, die kosten nur 1 Stacks Big Trite. 1 Stacks Big Trite wird sich aber sehr teuer für alle Spielsachen. Ja, äh, äh, ja, ja, sehr teuer. Hört ihr das? Ich glaube, der weiß genau, dass ich Geld habe. Hierzu lang der Wucherpreise. Also, ich würde lieber die ganze Laptop für 1 Stacks Big Trite kaufen. Also, nicht nur die Laptop. Der ganze Laptop kostet aber 5 Stacks Big Trite. 5 Stacks Big Trite? Ja. Leute, checkt ihr das. Der Laptop kostet 5 Stacks Big Trite. Und alle Spielzeuge von 1 Stacks Big Trite. Ich werde dem Typ gar nicht rechnen, okay? Danke für dein Spielzeugladen. Und jetzt raus mit dir. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Leute, wir haben jetzt einfach ein Spielzeugladen. Der gehört uns. Ich meine, das war schon immer mein Traum. Ein eigener Spielzeugladen, Leute. Oh, sehr krass. Aber egal, wir müssen weiter, Leute. Ich mache hier einfach die Wand zu mit Spektry. Weil niemand soll da reingehen. Nur die Spielsache gehören nämlich alle mir jetzt. Und jetzt gehen wir weiter. Schau, Leute. Wir müssen mehr einkaufen. Ich bräuche noch ein freshes Outfit. Aber wo kaufe ich mir jetzt meine Klamotten, Leute? Ich brauche unbedingt bessere. Let's go. Wir müssen irgendwo uns die Klamotten noch eindecken. Damit wir auch richtig reich aussehen. So, warte mal. Ich gehe mal vielleicht hier zu Avia Security rein. Nee, da finde ich auch nichts. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Händler. Ah, Steffi, wir können doch zum Wasser noch von IT gehen. Bestimmt gibt es irgendwelche Klamotten, die übrig geblieben sind. So Luxus-Klamotten. Und die werden wir jetzt kaufen, Leute. Let's go. Ab zu ITs Wasser noch mit dem Supersportwagen. Hallo. IT, was geht? IT? Aufmerksam, du hast ein cooles Auto. Ja, IT. Geht es dir gut, dass du einen Frosse weißt? Ich bin IT. Und IT geht es, glaube ich, gar nicht gut, dass du einen Frosse weißt, Bro. Mir geht es gut, IT. Was ist denn so viel los? Aber IT, ich muss dich mal fragen. Du kennst dich ja eben mit Kleidung aus, dein Wasserloch. Natürlich. Wir verkaufen auch Kleidung. Echt? Hast du zufällig Luxus-Kleidung, IT? Guck mal hier oben. Oh, Leute. Das sind Unteros und Unterwäsche und so. Die möchte ich jetzt nicht haben. Ich bin der Ente. Ich bräuchte was Exklusiveres, IT. Hey, sag mal so. Ich kann dir was unter der Theke verkaufen. Ja. Oh, meinst du, du verkaufst die Klamotten, die du willst, oder was? Leute, wir gehen hier hin. Warte mal. Wo wirst du hin? Oh, mir geht es runter. Was? Oh, hier ist alles kaputt. Okay, aber ja. Ja, gut. Jetzt nach oben. Jetzt nach oben. Was hat er gerade geholt, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, was er macht. Ich glaube, ich brauche eine luxuriöse Kleidung, mit der ich reich aussehe. So, was, wie viel Geld hast du denn, Bente? Ganz viel Geld, IT. Du kannst mir vertrauen. Ich habe hier eine Luxusbrille. Aha, die würde ich nehmen auf jeden Fall noch mehr. Die kostet sehr viel Geld, Bente. Was heißt der vielleicht? Ich habe vier entsprechend. Bente, die kostet sehr viel Geld. Ja, ich weiß doch. Ich bin bereit, das Geld zu zahlen. Die kostet zehn Stacks. Zehn Stacks. Zehn Stacks. Das ist Abzocke, oder? Das ist Abzocke. Abzocke, ich bezahle, IT, der Abzocke. Egal, zehn Stacks gebe ich dir, Leute. Das bezahlt doch niemals. Was? Ente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leute, das bezahlt doch niemals. Ente, du bist der Beste. Aber, Leute, mit der Brille wird jeder wissen, dass ich der reichste in der Stadt bin. Ente, mit der Brille wird jeder wissen, dass du der reichste bist. Ja, okay, ich danke dir, IT. Oh, ey, warte, warte, Bente. Was denn? Guck mal, was ich noch habe. Oh, das sind interessante Schlüsse. Hast du Brille? Ja. Wow, eine Pitalium-Rüstung ist, Leute. Eine Pitalium ist sehr stark. Okay, Alter, was willst du für die ganze Rüstung? Das kann ich nicht sagen. Leute, ich muss die Rüstung haben. Ich gebe dir... Was wirst du bereit zu zahlen? Zwei. Ich gebe dir drei Sticks, äh, Spektrines. Ente, diese Rüstung kann einem Wert von mindestens zehn Spektrines. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, nimm das. Danke, IT, für die leiste Rüstung, für die schöne Kleidung. Ente, das ist... Ente, wieso? Das ist Rüstung von einem König. Ich weiß, und ich... Hast du noch eine Krone, IT, wo ich rumliege? Äh, ja, 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 Ente. Ente, guck mal, was ich hier habe. Oh, Leute, die sind eine Krone. Dieses Outfit, damit kannst du alles machen, Ente. Was, wirklich? Okay, dann dropp dir das, IT. Weil du der Reichste bist. Das kostet aber nochmal ein bisschen. Okay, warte, ich schloppe dir einfach alles Geld, was ich noch habe. Hier, nimm alles. Leute, meine eigene Krone. König, König, Ente. Ich bin jetzt König geworden, weil ich so reich bin. König, Ente. Leute, König, Ente, guckt euch meine Krone an. König, Ente. Guckt euch meinen Zübersportwagen an. So, Leute, jetzt gehe ich aber erst mal neues Geld holen. Tschau, IT, du Schmalspult. König, Ente. Jetzt gehen wir zum McDonald's. Oh, let's go. So. Ich kaufe jetzt erst mal neues Geld. Was heißt kauf, Leute? Ich lasse mir neues Geld aus dem Abfluss einfach raus. So, Leute, aber mein Handy klingelt gerade. Hallo, wer ist da? Ente, Ente, Ente. Komm, schnell zum Autohaus. Schnell, Ente. Egal, wo du bist. Komm, schnell zum Autohaus. Das ist ultra wichtig. Okay, ich komme, Mr. Stunny. Ich komme. Warum sollen wir zum Autohaus kommen? So, warte. Ich muss hier den Haar legt. Du, Rier, das tut mir leid, Hans. Ich hoffe, ich werde später ein bisschen mehr gehen. Schnell, 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 schnell. Ich muss mich beeilen. Mr. Stunny, Mr. Stunny. Was ist denn passiert? König, Ente. Komm schon rein. Komm schon rein, König, Ente. Ja, was denn? Was ist los? Und zwar, ich habe schon gehört, dass du jetzt ein König bist. Ja, genau. Und das königliche Finanzamt war hier gewesen. Wie? Das königliche, das gibt's? Ja, Ente, du weißt doch sicherlich, wenn man königlich, wenn man König wird, muss man zehn Spektrite-Blöcke bezahlen. Ey, das ist so viel, Ente. Ach, kein Problem. Das ist kleiner für mich. Ich muss nur kurz los und das neue Geld holen, Mr. Stunny. Äh, okay, Ente, mach das bitte schnell. Ansonsten musst du wahrscheinlich ins Gefängnis. Bitte beeil dich schnell, Ente. Oh, Leute, so, warte mal. Dann hole ich jetzt die Kohle einfach ganz einfach vom Automaten. Ja, also von meinem Wasserhahn einfach. Let's go up to McDonalds. Wir nehmen die Abkürzung. Du musst uns jetzt wirklich beeilen. So, und dann bauen wir uns direkt durch die Scheibe durch. Und dann holen wir uns einfach die Kohle. Das ist easy. So, warte, gehen wir rein. Und dann wieder hier auf die Toilette. Und dann drücke ich einfach hier drauf. Hä? Leute, wohnt ihr das behoben, oder was? Das Lorry-Bone ist weg. Und warte mal, der Wasserhahn, der geht einfach ganz normal, Alter. Kommt der Wasser raus, und hier ist ein Villager sogar drin. Oh, Leute, warte mal. Ich glaube, die haben das hier gefixt, Mann. Und der Wasserhahn funktioniert nicht mehr, was soll ich jetzt machen? Ich muss nicht verstecken, Leute. Das ist gar nicht gut, Mann. Die werden hinter mir sein. Und wenn ihr mir alles abzuckt, lasst ein Like da. Und lasst ein Abo oder Shop miteinander vorbei. Bis zum nächsten Video. Und ciao.